Teilhugend aufbauen und hoffen, dass ich irgendwann mal den Charakter voll durch hab. Alles so friedlich. Jetzt nimm mir. Fahr schneller mit deinem Super-Hint. Gib Gas. Mein Gott, du warst so ein mieser Pilot. Da fliegt, als wäre ein Fahrzeug. Der schleift nur am Boden lang. Aber das ist nix. Aber ich bin mir so sympathisch, da hat die Sportfreure-Rakete. Und einen kinetischen Granatwerfer. Ich befürchte auf dem Platz, wollte ich mal gucken, aber ich befürchte, da gibt es nix besseres. Da gibt es, glaube ich, auf dem Platz, bei der MAF, gibt es tatsächlich nur Scheiß. Wir haben gerade Sektor Delta übernommen. Nein, der Beschuss von vorne. Aus dem Rauch haben wir gerade hier. Wenn wir sie nicht stoppen, übernehmen die Amerikaner. Und ich habe gerade irgendwas mit der Rakete. Und ich habe gerade irgendwas mit dem Ding. Rauche. Also wirklich, aus dem Rauch sind wir wieder. Geradgetzündung. Oh. Fahrzeug zerstört, haha. Und ich bin wieder drin. Du bist ein großer Krieger, ein großer Krieger. Ach, du bist ja ausgestiegen, wo bist du? Drin. In D1. Ja. Aber nicht lange, ich wurde von einem unsichtbaren erschossen. Aber es ist ein 17er. Hm. Die waren ja erst ab 20 sichtbar. Das weiß jeder. Jeder weiß das. Wir halten den gesamten Sektor Delta. Eine der Kaffee wird angegriffen. Erschlägerlich. Da kommt ein Fahrstuhl hoch und während er noch am Seil hängt, schießt er mit einer M93-3, also diese Handfeuerwaffe, alle Standards übern Haufen. Äh, mich auch. Ja, ich hab ihn runtergeschossen auf 12. Bei mir gar, also ich konnte, ich hab den noch nicht gesehen, war's tot. Aber der hat auch nur einmal geschossen. Ich wurde wiederbelebt. Ich auch. Aber Handfeuerwaffe, warum kommt er mit einer Handfeuerwaffe hoch? Da kommt wieder welche. Ja, ja, da unten hat er grad. Ja, rechts brennt einer, da kommt welche hoch. US-Truppen greifen eines unserer Ziele an. Hä, hä? Das ist doch egal, klar. Da hat eine Aufklärung Runde Waffen. Berlin, verbündete Verlustmess. Ja, ja, da war ein... Ja, da kommt. Das Gute ist... Ah, da haut Türe, Türe, Haupteingang. Haupteingang, zwei Stück. Ah, einen hab ich erwischt, der andere hat mich erwischt. Immerhin. Aber es ist lustig, du machst das und dann kriegen die schon Feuerschaden. Und dann ziehst du schon an dem Ding, dass du Schaden machst und weißt, dass einer hochkommt. Es scheint halt einer nach dem andere da drinne. Ja, ja, das ist verloren. Noch nicht. Ich gebe es noch nicht auf. Ja, sag's denn. Wir wurden von einem Ziel verjagt. Sektor Echo unter amerikanischer Kontrolle. Attackieren jetzt Delta 1. Ah, ja, 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 ja. Wie lautet unser Status? Wir haben Ziele zu langsam eingenommen. URF-Kräfte stoßen schnell vor. Unsere Truppen mussten einen Rückschlag hinnehmen, aber wir sind immer noch stark. Unsere Truppen halten jetzt Sektor Bravo. Was passiert hier? Das war, glaube ich, der eigene, der da irgendwas in Luft gesprengt hat. Zum Glück habe ich keinen Schaden genommen und meine Punktverteidigung hat auch nichts abquert. Ich würde sagen, B2. Ich würde sagen, B2. Bravo 2 unter amerikanischer Kontrolle bringen. Bravo 2 unter amerikanischer Kontrolle. Ich bin hier in der Punktverteidigung hin. Muni. Aufklärungsgranate rein. Ich wechsle von meiner Avanzis. Ich bin gerade auch von der Avanzis weggeflexet worden, von der Einwur, wo ich kein Sichtfeld hatte. Ey, ich hatte echt Lust zu spielen. Wann passieren solche Kack-Dinger? Ich bin hier in der Nähe von der Avanzis weggefahren. Das sind gerade jede Menge von B2 zu B1. Wow, mit einem Schuss mit der S-Farm. Ein einzelnes Schuss und zwar, nennt man Headshot. Der gleiche, der dich auch geküllt hat. Chimpy Chimpy. Chimpy Chimpy. Mit einem Schuss. Geht es? Ich bin wieder kurz vorm Quit-Rage. Oh, der Rage-Quid. Ihr gerade... Zwei... Jetzt scharben sie. Gerade habe ich reingekallen ohne Ende. Oh, der Rage-Quid. Hä? Ich bin schon der Kläge, ich habe den nicht gesehen. Der lagen in den Leichen. Ich weiß auch nicht, warum der lebt, weil den hätte ich gerade erschossen. Und den hatte keine Wiete belebt seitdem. Das hier erklärt sich mir nicht ganz. Und... So. Ich bin in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Nicht aufhören. Ja, das ist natürlich. kann ich holen in dem loch ja den habe ich nicht gesehen also ich habe erschossen weil ich reingeschossen habe aber ich habe auf nichts geschossen also mir war klar dass es da liegt weil du gemeldet hat er konnte heraus kann sein und da waren aber eine punktverteidigung er war eindeutig in dem loch ja ja ich habe doch hingeschossen erst auch gestorben danke Ah, da... Shit. Danke. Butter. Scheiße, das sind zu viele. Ah, nur ein Auto. Sie sind ja verrückt. Unsere Truppen haben Sektor Charlie erobert. Wow, das ist... Ich hab schon da gekämmt, hab die Treppe abgekämmt. Ja, das heißt, ich bin immer im Vorteil. Ich weiß genau, wann ich komme. Und ich seh'n ja erst die Füße, bevor die auf mich schießen können. Da, aber da. Da hab ich nur einen untersten Fußtier. Und da hat er mich schon erschossen gehabt. Ich weiß nicht, wie der mich erschießt. Ich war hinten am Ende vom Geigen. Also, der konnte mich zu dem Zeitpunkt nicht sehen. Boah, guck mal, da noch viele. Hm. Boah, da lag wieder einer, der unsichtbar ist. Ist das immer der gleiche, der liegt und den man nicht sieht? Ja, den hab ich auch nicht gesehen. Weil in dem Spiel legt sich doch keiner hin, wenn wir ehrlich sind. Ah, hinter uns. Hab ich nur gesehen? Der war unsichtbar! Ficken, der war direkt hinter mir angeblich. Unsichtbar! Wir müssen mal hier aufpassen. Boah, warum kommen wir da dauernd so viele raus? Ja, und mich hat er mit VK weggemacht. Mich auch. Der 55er? Ja. Der war ja wirklich, ich war drei Meter dann, aber angeblich... Mir war das von den der Fall gerade ganz schön überrannt. Er kann, wie gesagt, nichts machen außer drauf schießen. Wenn die dann keinen Schaden nehmen. Oder nur wenig Schaden. Kein Schaden ist ja immer... Bisschen falsch, ja nicht so. Also ist ja selten so, dass du drauf schießt und der dann tatsächlich nur 100 hat, aber... Wenn ich ein komplettes Magazin drauf jag und der dann danach noch 70 hat, ist das im Grunde halt wie keinen Schaden nehmen. Oh oh, ich bin hier alleine und hier sind zehn Gegner. Ich hatte keine Chance. Eine Summi A1 einzunehmen. Ich war ganz mutterseeler alleine bei B1. Bei B1? Ja. Ganz alleine und zehn Gegner. Hehehe. Sektor Alpha unter Kontrolle. Alter. Der hat man auch nur einen Hauch vom Kopf gesehen. Ich hab den überhaupt nicht gesehen. Also ich weiß nicht, wie der... Das waren nachher nur drei Pixel, nachdem ich die Schüsse da... Der hat auch im Grunde durch das Ding durchgeschossen. Du kannst doch, wenn da hinten stehst... Das simuliert das jetzt kurz. Ah, okay das ist tatsächlich kacke. Was siehst du von mir? Äh, dein Kopf. Weil ich kann da komplett durchzielen. Drüber ziehen sogar. Je nachdem wo man steht. Was zur Hölle schießt hier schon wieder? Heli. Ah. Einen irgendwoischen Gegner. Nicht mehr. Hier liegt Muni. Da snipelt wieder einer. So, was machen wir? Machen wir einen verrückten Ansturm auf B1. Wir werden wahrscheinlich nicht lebendig da unten ankommen, aber... Schauen wir mal versuchen. Wir probieren uns, da springen nur andere runter. Der ist so lächerlich. PP29. Da... Ich hab schon auf den geschossen. Als er im Fall schon war. Der hat keinen Plan gehabt, woher ich komme. Und ging kaum runter. Und dann hat er mit PP29 am Ball vorbeigeschossen. Mh. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Unsere Truppen haben Bravo 1 gesetzt. Was geht da unten? Ich hab da eine Gratplastik-Sprengstoff platziert. Ja, da müssen sie aber erst vorbeikommen. Gratzen wir eher im Ansturm. Sie sagten, wir sind auf dem Ansturm. Sie sagten, wir sind bei einem Arm. Der Arm ist wieder auf dem Ansturm. Das muss noch nicht sein. Aber ich bin ein bisschen auf der Ansturm. Ich bin auf der Ansturm. Hollander! Ja, dass ist die Ansturm! Wir haveden keine Angst! Wir haben uns vor den Ansturm. Die Ansturm. Wir haben in der Ansturm oder Atmen. US-Truppen kontrollieren Sektor Alpha. Alter! Wenn wir sie nix stoppen, übernehmen die amerikanischen Truppen alle Sektor! K30! 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 Der Zeit reicht Bravo 2 an! K30! K30! US-Truppen haben Sektor Echo komplett übernommen! Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern! Hier, wo sind die dahinten? Ich glaube, da kommen keine mehr! Aber B1 wird einkommen! Ja, hier, guck mal bei B3 nur welche! Ich meinte bloß, da kommen keine mehr links aus der Ecke! Das waren die, die nur am Ende eingestiegen sind, als ich noch den gehört hat! K30! 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 Das Handbuch wird angegriffen! K30! 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 Beberемся direkt Abschlusses Ort button! Sie haben die Kontrolle über ein Ziel überlaufen. Wow, diese Granate hat meine Punktverteidigung gekuriert. Wurfmesser. Ich glaub's ja nicht, dieses scheiß Wurfmesser. Das Lustige finde ich, dass die Granate einfach die Punktverteidigung nicht ausgelöst hat. Noch 41. Jetzt kommt jetzt ja gleich wieder doof, Kranz. Verzweck! 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 Hä? Alter. Verzweck! Einfach Magier! Alle Sektoren. Die amerikanischen Truppen sollen haben was gerechnet. Verzweck! 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 Verzweck!